Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Cast-Stormi. Der letzten Meile. Ah ja, viel ist es ja zum Glück nicht mehr. Und dann passiert wieder sowas. Warum passiert sowas? Ja, warum sowas passiert, wissen wir ja. Ja. Dong. Sitz dir die Herze an, du liebst. Wie sie nicht versuchen, da selber umzubringen. Fängt gut an, oder? So, die heutige Folge. Mal gucken, der nächste, der kommt, so den Block da wegmachen. Aber ja, jetzt haben sie ein riesengroßes Areal, auf dem die Bricktrots freispielen können, ohne sich die Hänse zu berechnen. So, mach dir da mal weg, Shishka. So, mach dir das. So, mach dir das jetzt folgende. So, nein, aus. Ach, okay. Los, bring das Zeug weg. Ah, halleluja. Wenn ich richtig gesehen habe, sind es dann nur noch drei. O, mach dir das. So, ich hab, dir das. So, mach dir das. So, okay. Ach, egal, wie ich es mache. Passt nicht da rein. Wie hat die das dann vorher gemacht? Egal. Drei. Na, guck, die zwei geht komischerweise. Naja, gut, die eins geht natürlich auch nicht. Also drei Stücke haben wir noch. Nach dem hier. Und ihr habt schon wieder Zeug. Ist egal. Es kommt eh mehr als genug Stein zusammen. Also sollen sie machen, was sie wollen. Ich habe keine Lust mehr so auf die letzten paar Meter, die noch so großartig zu micromanagen. Bis zum nächsten Mal. Genau, haut einfach alles weg. Ich frag mich gerade, hier haben sie das letzte Stück Treppe, haben sie das von unten weggehauen? Du sammle aber mal den Stein auf. So. 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 Gut, wie viele Steine sind es noch? 179, ja. Und hier sind es ein paar tausend. Sammeln bitte den Stein noch auf. Danke. Okay, wie gesagt, ist mir egal. Vielen Dank. Vielen Dank. Dass sie nie auf mich hören können. Das ist so schwierig. Und dabei noch so viel Dreck machen müssen. Ernsthaft? Was? Wieso hast du nur 15? So, das ist besser. Ah, ich denke, quick twats. Und jetzt geht's. Das ist schon wieder ein riesen Schweizer Käse. Jetzt haben wir jetzt natürlich die da unten ein. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Ich bin hier bei der Hälfte. Also wenn ich einfach mal so einen fletten Task nehme und den aufspanne. Ich bin hier bei der Hälfte. Oder? Nee, halt 16 mal 16. Ja, 16 mal 16. Ja, 16 mal 16, nicht 14 mal 14. Wir hatten an irgendeiner Stelle mal 14 mal 14. Ich glaube, das waren die... Stützpfeiler, die wir vergraben haben, die durften nur 14 nebeneinander sein, damit das 16 mal 16 draufpasst mit Rand. Also ja, 16 mal 16 mal 16. Also ja, das ist das Maximum, was das Ding haben kann. Und ja, die Hälfte von 256 ist. Und ja, die Hälfte von 256 ist... Ja. Äh, hallo? Ich hab dir gesagt, du wirst aufräumen. So. Gut. Da hinten läuft eh wieder einer rum, der nur 17 hat. Da hinten läuft eh wieder einer rum, der nur 17 hat. Warum auch immer jeder das so macht. Hallo? Nimm den einzelnen Stein dann noch mit. Bitte. Okay, wo ist jetzt wieder einer verloren gegangen? Manchmal hab ich mittlerweile das Gefühl, dass Steine einfach mal so verschwinden oder wegglitschen. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Und wir sind jetzt bald bei 71 Stunden. noch kein Ende in Sicht. Noch kein Ende in Sicht. Okay, das Ende ist in Sicht, weil es ist wirklich nur noch dieser Teil hier. Okay. 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 Was ist das? Und ja, das können wir ja relativ schnell abbauen, weil wir halt dieses System haben mit, die bauen hier ab und liefern es ab und sobald die hier fertig sind, wechseln die zum nächsten Steinbruch und die macht den hier einfach nieder. Und ja, drei Stück sind es dann noch. Und das Gute ist, jeder geht dann etwas schneller, weil wir etwas näher an unseren Lagern sind. Und das Gute ist, jeder geht dann etwas schneller, weil wir etwas näher an unseren Lagern sind. Da geblieben, aufräumen. Da geblieben. 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 Da geblieben.